Hey, meine YouTube-Mäuse! Wieder ein Outfit of the Day und zwar gehe ich jetzt zu meiner allerletzten Uni-Party. Uuuuhuuhuuhu! Abriss-Party. Und deswegen habe ich mir ein Casual-Party-Outfit ausgedacht. Weil bis eben stand noch gar nicht fest das WG. Ganz normales Amu, also nicht der Regel wert. So ein überlanges Top von H&M für 5€. H&M Leggings und meinen Stiefel. Und ein Gürtel. Das war's schon. Yeah! Ja, jetzt gehe ich dahin und hoffe, ich versuche zumindest Spaß zu haben. Also, macht es gut. Tschüss! Ach, das war aber ein kurzes Video. Ich grüße alle meine Abonnenten. Vielen Dank fürs Abonnieren, Kommentieren, Bewerten. Äh, ja. Man muss ja auch nicht unbedingt übertreiben mit dem Reden, ne? Wenn's nichts zu erzählen gibt, dann gibt's halt nix. Tschüss!